Hier haben wir die neue B10 von NightEye. Bezogen über Flashlight Shop. Exzellenter Service, extrem schnell Lieferung und wenn man Probleme hat, finden die immer eine Lösung. Der Kopf mit Cateye kompatibler Aufnahme. Eine Halterung ist dabei und zwar die hier. Ladegerät. Lädt mit 1000mA. Das Akkupack. Zerkratzt auch keinen Rahmen. Schön Neopren eingepackt. Spritzwasserdicht. Tauchsicher ist es nicht. Der Schalter und jetzt hier kommt der Krux. Die Anleitung ordentlich lesen. Der runde Schalter ist nur das momentane Licht. Der lange, längliche Schalter ist an und aus. Jeweils 2 Sekunden gedrückt halten und durch die Modis schalten. Das ist das Aufblendlicht. Hier ist die Kletthalterung für den Schalter. Und das alles kommt in einer sehr schönen Semi-Hardcase. Hell macht sie auch und hat 3 sinnvolle Modis und kein Stroh. exemple. Also wenn ich die Kletthalterung für die Kletthalter.